Hi meine Freunde, ich bin's wieder, euer Noma. Willkommen zu New Super Mario Bros. Hugh. Und wir fangen direkt mal hier an den Level, ne da waren wir schon. Verkehrt, Level 3 an Hin und Her Hügel. Und wir sind immer noch in den Zuckerwatten Wolkenzone. Gut, der Ton von meinem Gamepad ist nicht zu laut, alles gut. Ähm, wie soll ich da unten hinkommen? Ah, ok. Ja, danke. Ducken, ducken. Wenn man's richtig macht, wär's auch ganz einfach, ne? Sogar ohne Power-Up zu verlieren. Ja, was soll man machen? Ducken. Ne, ne, ich will zurück. Da war ja bestimmt was gewesen, warum? Doch nicht. Nee. Oh, ich will da. Ja, ist klar. Die Münze wird sein, muss aber nicht. Gib mir doch mein Leben wieder. Oh! Ich dachte da wär die Münze, aber... Ich hab Recht und Unrecht. Da waren Röhrchen, was... ...da hinführt. Oh, 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 oh! Oho, oh, 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 oh. Ha, 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 ha! So, kann man die Kugelwillis auch kaputt machen. Und das war erst die zweite. Und noch ein Glühmchen bekommen. Super. Hä? Ach. Ja, dumm. Dummheit. Bestraft das Leben, ne? Was ist da unten? Wie kommt man da unten hin? Ich hab bloß da, ach. Okay, und wahrscheinlich ist er auf die Sternmünze. Aber, Moment. Der Powerblock, der ist nicht umsonst da. Ich komme nicht da oben dran. Da ist wahrscheinlich dann da auf die Münze. Ja. Uh. Nein. Ah. Ja, da war die Münze. Nur weil ich um die Münze kämpfe, bin ich gestorben. Sehr gut. Jetzt kriegen wir nur ein Pilzchen. Wuppa. Ah, aber wir gehen mal hier unten hin. Mal sehen, was hier unten gibt. Nix. Echt nix. Ist ja erbärmlich. Sohn der realisten Ebene Haack. Und dann kommt das weg. Nix. weiter 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 nein ah Mist ach ne wat wie habe ich denn das hingekriegt war da eine Kugel Willi gerade genau an der Flagge ist ja geil cool cool aber es war jetzt nicht so schlau das Level zu werden weil jetzt müssen wir noch voller Anfang an und das ist definitiv die schwerste Sternmünze die hier im Level drin ist das behaupte ich nicht einfach so sondern das ist so die hier die hier die hier die hier die hier jetzt können wir es nochmal versuchen schnell weiter ich hab nix jetzt ich will hier nix machen ich will hier nix machen was machen du Sachen kann nacken überall kann nacken ne ja weiter weiter hui ja so gehts auch warum nicht gleich so ne ach 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 leider nix bekommen diesmal die Willis waren zu weit fortgeschritten oder zu weit hinten aber ist ne coole Sache die Leute die Leute die mein Video gesehen haben die werden gelernt haben Kugel Willis an der Flagge gibt Leben oh Mopsilein Wipplitz Rodeo ja nimm wir den mal wir sind auch klein da ist halt nicht gut wenn wir da so reingehen ist jetzt keine Ausrede sondern ist einfach einfacher ich geb zu so einfach und schnell dann kann ich euch auch noch mehr zeigen Woppa da ist er aber wir steigen nicht hinab oh tausend Dank du hast mein Pilzi gefunden aber den kriegst du als Dank ha 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 ist ja sehr sinnvoll ich helfe ihm seinen Pilz zu holen oh du hast alle Mopsi in jeder Welt erwischt täglichen Glückwunsch dann müsste man doch jetzt eigentlich einen Stern bekommen haben aber das habe ich auch schon bei Luigi gesagt aber das ist leider nicht passiert das kriegen wir wahrscheinlich erst wenn wir durch sind Cheap Cheap Turm ok na gut hier schieben die Plattform hin und her mhm komm her komm her komm her komm her komm her komm her nein egal da gibt es wahrscheinlich nichts wir haben einfach mal weiter wenn wir was übersehen haben dann müssen wir heute nochmal hin so ewig ja die Zeit verbringen ist auch blöd so ewig ja die Zeit verbringen ist auch blöd oh 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 ich habe auch jedes Mal was Neues dafür ich habe auch jedes Mal was Neues dafür ne da ist nichts da ist nichts aber ein Apilein 1 Apilein oh wow ha ha kaputt ist da unten was ne leider nicht warum nicht weil das Game böse ist zu mir ich habe immer noch nichts gefunden warum ich u warum lass mich hallo u u das ist bestimmt die letzte oder ne die erste achso die letzte kann es ja nicht sein es ist ja noch ein Midway Point ne guck yo hier ist die Midway Point oh es wird gefährlicher es kommt Feuer ganz viel Feuer Hilfe Feuer warum mache ich so komisch auf Russisch das ist doch nicht Russisch arg sind oder das ist doch keine Russisch ne 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 v ne 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 das war so eindeutig mit dem weg nicht im ernst wie soll ich da hochkommen hallo hallo oder zukünftig habe ich das sogar okay ich kann wenn es zurückgehen aber das voll gemein manu manu man oh man nein nein nicht weg und wieder solche das ist immer alles zu eindeutig finde ich manchmal oder soll ich jetzt echt da überall her gehen eine gefährliche orte das ist doch wohl gefährlich hörst du auf macht mich platte ist die was das heißt nein so gescheuert ich wollte noch mal nach unten so komme ich komme ich so die playstation platform ah me an me ein Wie geht Man über die irgendwelche Jäger hier Dann macht doch keiner alles mehr hier Komm her Kamilinchen Nein so nicht, Kamilinchen So, komm her Kamilinchen Kamii, Kamii Upala Knappi Sollte alle süßi, Knappi, Bappi Super, da haben wir ihn Yeah, yeah, yeah Nice work Ich bin heute ja wie ausgewechselt Lang gearbeitet Und jetzt dann doch noch aufnehmen Cool, cool, cool Ja, wir speichern Ja komm, wir machen noch hier Das abheißen Also eins kriegen wir auf jeden Fall So spielen zu leben Und da war schön Boah, der war gut, aber Trotzdem kein Abbekomme Komm, komm, komm Boah, war der Knapp Okay, da war 1 2 3 4 6 6 6 8 Oh Habe ich richtig gezählt? 8 Stück Ja Ich habe direkt schon den einen natürlich mit abgezählt Äh, 7 97 Ja Bin ich aber heute gut im Rechnen So Dann würde ich sagen Die 97 reicht für heute Und das reicht auch für heute Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal Ciao Oh